Bald wird Simon vier. Seit seiner Geburt ist er wegen Sauerstoffunterversorgung körperlich behindert. Zweimal die Woche kommt Mama Stefanie mit Simon und dem gesunden Zwillingsbruder Moritz zur Therapiestunde bei der Lebenshilfe in Memmingen. Oft fahren die Therapeuten und Pädagogen wie Simon Bauer aber auch zur Familie nach Hause. Die Lebenshilfe bietet seit 1976 Frühförderung an, für Säuglinge, Kleinkinder und Kindergartenkinder. Diagnostik, Therapie und Förderung, interdisziplinär heißt die Formel hier. Also die körperlich, seelisch und geistig behinderten Kinder werden medizinisch und pädagogisch von den jeweiligen Fachkräften betreut. Und diese Therapeuten und Pädagogen, die arbeiten zusammen und entwickeln individuelle Konzepte für das jeweilige Kind. Auch die betroffenen Eltern und Familien werden betreut und beraten. Im Vordergrund der Arbeit steht aber natürlich das erkrankte Kind. Die Frühförderung vor der Einschulung ist enorm wertvoll. Also je früher, desto besser. Also wir können Entwicklungsanreize setzen für die Kinder. Das funktioniert natürlich nur in spielerischer Art und Weise. Quasi kleinere Kinder sind eben schwer zu motivieren, zu beüben. Und deshalb verwendet man da für das Kind attraktives Spiel. Seit zweieinhalb Jahren kommt Stefanie mit ihren Zwillingen schon zur Lebenshilfe. Dem körperlich durchaus stark beeinträchtigten Simon, so sagt sie, hilft die Therapie sehr. Er macht da einfach riesige Fortschritte, indem er jetzt schon im Schneidersitz frei sitzen kann, was lange gar nicht möglich war. Und gerade die Physiotherapie und die Spieltherapie, das tut einem alles sehr gut. Also ich merke, daheim, er wird einfach selbstständiger und das klappt alles gut. Die Frühförderung der Lebenshilfe Memmingen hat sich in den letzten 30 Jahren entwickelt. Jetzt gibt es seit Dezember 2009 auch ein neues Zuhause sozusagen. Die Förderstelle hat jetzt endlich komplett neue, moderne Räumlichkeiten. Knapp 400 Quadratmeter speziell ausgebaut für die Therapie und für die Kinder. Es ist einfach der Therapieerfolg ein ganz anderer, wenn eine wunderschöne, angenehme Umgebung da ist, mit ausreichend Platzangebot, mit entsprechenden Details auch, die kindgerecht sind. Und da ist dann der Therapieerfolg ein ganz anderer. Bezahlt wird die Frühförderung von der Krankenkasse und dem Bezirk Schwaben. Sie ist für die Eltern also kostenlos. Gott sei Dank, könnte man sagen, sollte doch jedes Kind hier die Hilfe bekommen, die es braucht.